Wolle Was dich genauso betrifft wie mich Ich hab eine Wolle gesammelt Ich hab auch eine Ja, die hab ich dir gedroppt Nein, ich hab noch eine von vorher Und ich hab dir eine gedroppt, also müsstest du zwei haben Dann ist draußen einer in der Kiste Ähm... So Ich brauch ein Project Table Project Table ist awesome Eins, zwei, drei Vier, fünf Na, fuck Iron Fathers No me gusta Gen Generator Generator Ich brauch drei Refund Iron Wieso hab ich das Gefühl, dass du immer wieder die Truhe durcheinander bringst? Kann es sein? Ich drück höchstens auf Sortieren Ich höre eine Spinne und das gefällt mir nicht Das war neben mir Direkt neben mir Wir müssen uns dann unbedingt ein Sorting System bauen Äh... Aber das wird anstrengend und das vor allem ich möchte Dann viele, viele, viele... Creeper aufbau Fuck you Die sind die schlimmsten Wobei Wobei... Eigentlich dürften die da nicht runter springen Naja Obwohl, das ist Minecraft Version 1 Punkt Ah, fuck Die springen runter Das gefällt mir nicht Refund Iron Ich könnte jetzt rausgehen, aber draußen ist auch nicht genug Und ich will's nicht riskieren Ich hab noch etwas Kohle bei mir Äh... Fuck, 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 fuck Hab ich Saplinks oder wo? Ich spiel gerade auf extremem Risiko Was für Saplinks? Irgendwas, was ich verbrennen kann, was ich nicht brauch Ja, Saplinks haben wir 40 in der Kiste Jo, ich will nicht rausgehen Ich nehm ein paar Wooden Planks Wie schnell verbrennen Wooden Planks? Sehr schnell Zwei pro Stück Ist nicht so schlecht So Na gut, mit zwei Wooden Planks kannst du drei Dings verbrennen Ja Sehr schön Und was war's noch? Es ist Tag Die Re-Battery Die Re-Battery Gut, dann... Re-Battery Das hier Und das hier Generator So Wir haben jetzt ein Generator und ein Macerator Sehr gut Beim Klatschen, um es aufzustellen Mhm Kommt in Kürze Hallo Spinne Au, 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 au Was wird denn auf dich? Help Never Das ist glaube ich immer noch die eine von vorne Ja Ich bin auf ein Leben runter Ich bin auf ein Leben runter Ich trau mich nicht rausgehen Ich mag diese Spinne nicht Also mich stört sie nicht Ja Schön für dich So Was sagt der Herr dazu? Irgendwas stimmt hier noch Ach ja, genau Der Herr sagt, dass er jetzt vor hat, die Kiste zu bewegen Möge er dies tun Auch wenn dir das nicht gefällt, die Kiste kommt erstmal in Mannzimmer Stört mich jetzt so eigentlich nicht unbedingt Vorhin bringt sie mich fast um, jetzt 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 ist es in Ordnung, wenn ich sie zur Seite schieb Hehe Das habe ich jetzt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet Ich hätte erwartet, dass ich Jetzt, wo ich Zeug habe und es was ausmachen würde, wenn ich sterbe Ob sie mich angreift Tut sie aber nichts Nein, schau mal nicht Ich hoffe mal auch, dass der Sound gerade nicht zu laut ist bei mir Ach ja, so richtig schön heimisch Heimlich Okay Auf auf ins Ungewisse So, du möchtest Okay, dann Dann Spinne, die mich angreift Verpiss dich Spreck mich Sie hört auf dich Der Spinnenbändiger ist zurück Spinne, die mich angreift, verpiss dich Sie läuft weg Hm Funktioniert eh nicht über Katzen Du bist dich Hey, sie ist weg Vielleicht waren das irgendwann mal Katzen So So Jetzt habe ich hier alles, was ich brauche Naja Fast Jetzt muss ich nicht mehr rausgehen, um an meine Sachen An Unsere Sachen anzukommen Gut Gut Was brauche ich noch Ich brauche einen Philosopher's Stone Dafür brauche ich Half Steps Eine Menge Halfs Verpiss dich, Spinne Verpiss dich? Ich bring dich um Ich warne dich Drei Zwei 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 Ich war low on health Also habe ich sie angegriffen Hm Wenigstens sind Spinnen nicht so wie diverse andere Viecher, die plötzlich in Gruppen angreifen At Waypoint Wie soll ich das für uns nennen? Was das? Ich nenn's Ich nenn's Home Sweet Home Beta So, und da was war... Ach ja genau Und was wollte ich jetzt machen? Oh Gott Nein 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 Doch Ich muss obsidian farmen gehen Tu er dies Und dabei werde ich wahrscheinlich eine Diamond Pickaxe irgendwo verbrennen, weil ich in die Lava, die direkt daneben ist, reinfalle Nicht gut. Ich bin halt ein Optimist. Ich bin Pessi und Realist. Was? Pessimist und Realist. Ah. So. Ich dachte schon, ein pensionierter Realist. Wow. Oh, eine Spinne, die springt. Wenigstens keine, die ditanzt. Oh, stimmt ja. Nee, stimmt nicht. Oh, stimmt auch. Gut, das Zeug hier kann alles sterben. Gut. Mich wundert es ja, dass die Distanz in Metern angegeben ist und nicht in Blöcken. Ist nicht ein Meter ein Block? Nicht unbedingt. Ich meine in Minecraft. Nicht unbedingt. Doch. Jeder Charakter ist 1,50 groß. Spinnen sind 50 Zentimeter groß. Hä? Oder Spinnen sind einen Meter groß. Hä? Hä? Was ist los? Hat es sich bei dir auch einfach geschlossen? Nee, bei mir nicht. Dann frage ich dich ja. Mein Launcher hat sich dafür, also mein Client hat sich dazu entschieden, dass er nicht mehr existieren will. Oh. Downloading Launcher. So, was wollte ich gerade... Irgendwas wollte ich doch machen. Ich wollte... Ach ja, genau. Grabber. Und die Stunden fliegen so dahin. Das tun sie. Und meine Festplatte ist wahrscheinlich auch schon voll. Es ist gerade... Es ist bald 1. Ist es das? Mhm. Okay, die Festplatte ist voll. 100 pro. Und das Schöne ist, mir ist es bis jetzt nicht aufgefallen. Sondern es war so... Spielen, 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 Spielen. Auf die Uhr schau, what the fuck. Ist das nicht immer so? Nein. Bei guten Spielen. Ja, wenn ich spiele, dann ist es so. Aber wenn ich nicht spiele, ist es nicht so. So, ich brauche wieder eine Menge Holz. Du hast wahrscheinlich kein Holz zu bieten, also würde ich mir eins schlagen müssen. In meiner Truhe müssten ein paar... Ähm... Hast du einen Stack? Nein. Siehst du. Ich werde jetzt einen Stack Holz brauchen. Und es dunkelt wieder. Und es laggt. Warum laggt es? Ja, ich hatte meine Festplatte soeben vorgelaufen. Oder das Internet ist aus. Ja, Internet ist aus. Ja, ich werde jetzt... Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Okay. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.